Gleis 13 Abfahrt 14.40 Uhr Heute ca. 10 Minuten später Grund dafür ist eine technische Störung am Zug Gleis 13 Einfahrt ICE 15 89 nach München Hauptbahnhof über Göttingen In den Abschnitten D bis G Abfahrt 14.38 Uhr Vorsicht bei der Einfahrt Information zu RE2 nach Göttingen Über 11 Abfahrt 14.40 Uhr Heute von Gleis 12 Ich wiederhole RE2 nach Göttingen Über 11 Abfahrt 14.40 Uhr Heute von Gleis 12 Schön, dass Sie da sind Mit der Bahn kommen Sie aus in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel Schützen Sie sich und andere Halten Sie den Mindestabstand ein Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof Und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen Bleiben Sie gesund